Ein Ford Mondeo ist hier zum Verkauf angeboten. Die silberne Limousine hat fünf Türen und bietet fünf Sitzplätze. Der Kilometerstand des Autos liegt bei unter 106.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2008. Die Limousine verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Navigationssystem, Einparkhilfe, Partikelfilter, Tempomat und vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Diesel eine Leistung von 140 PS an das Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,3 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 9.440 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.